Guten. So. Super. Und weiter. So kenne ich dich. Nee, ich hasse das Spiel langsam echt mal. Ich falle jedoch nur. Und ich habe hier durchgezockt einmal. Ganz easy, ganz locker, flockig. Aber das war Glückssache, denke ich. Ja, das sowieso. Das ich einmal komplett durch. Ey, eins, wo? Drei, vier, fünf, fünf. Ey, ich habe fünf Herzcontainer. Und ich habe eine komische Karte gekriegt, so ein Dokument. P.H.D. Ah, lol. Jetzt habe ich so eine Atemschutzmaske, so ein Ding, wie die im Krankenhaus haben, die Ärzte. Ja, Mundschutz. Genau. Sieht irgendwie komisch aus, so ein grünes Ding vor der Fresse. Sagen wir, ich habe keine Gasmaske hast. Ja, würde vielleicht auch lustig aussehen. Schub da Wub. Ich musste so lachen, als ich das gesehen habe, als du Schub da Wub hast. Kennst du gar nicht, oder? Nee. YouTube, man. Schub da Wub. Video. So viel verarschen davon. Schub da Wub. Mit dem Geyser da. Kennst du, äh, äh, Wunder, äh, warte mal, wie hieß das leider mal? Wunder meet, äh, 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 Guy? Nee. Das ist auch ein übelst geiles Spiel, ist kostenlos, kann man sich runterladen im Prinzip. Und übelst du schwer, äh, und krank irgendwie gemacht. Also schwerer als Isaac. Auf jeden Fall, wenn du, wenn du nämlich reinfällst, dann bist du öfters tot, als du denkst. Und ich bin dann bitte... Wo ich so ein Willfigur in YouTube gesucht habe, da gibt's Älstöchen Nuts, die, die cheaten bei, ähm, Isaac. Ich hab echt Langeweile, die cheaten bei... Seit wann, seit wann kann man da cheaten? Hä? Seit wann kann man bei Isaac cheaten? Ja, geht so... Bei vielen Flashgames. Gerade bei Flashgames. Isaac ist aber kein Flashgames, das ist eine Echse. Ja, aber... Besteht aus einer Flashgame. Also, grundlagenmäßig. Der Flash. Oh. Weil sonst sollst du ja nicht Newground unterstützen. Ich denke mal... Newground hat nämlich eigentlich nur noch mit Flash zu tun. Mag sein, aber vielleicht ist es auch bloß einer, der dafür Werbung gemacht hat, beziehungsweise wo es rausgekommen ist. Ja, und warum haben sie's bei Newground als Flash? Ähm, ganz einfach zum Testen, weil wir haben Isaac doch ja auch gefunden. Ja, das ist die selbe Grafik und Qualität. Und daher würde ich mal meinen, dass es, ähm... ...flash halt in einen Echse gepackt wird. Wird ich jetzt mal einfach so behaupten. Oh, wieder ein Endpost, den ich verlieren werde. Toll ist das, ey. Was ich schon halt in eine Echse gepackt habe, ich glaube, da würden sich manche Leute fragen, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Scheiße, ich bin gestorben. Du kennst doch den VLC-Player, ne? VLC, ja. Ich hab da mal aus Versehen, die heute Bilder reingepackt. Und das hat's sogar geöffnet. Lol. Ja, ich fand's auch lol. Oh, ne blaue Puppe. Cool. Brothers- Brothers Bobby. Lol. Möglicherweise hattest du das 4-O gehabt, das schießt genauso gleich, ja. Also, ich hab jetzt so'n Kompass gefunden. Keine Ahnung, wofür. Ja, keine Ahnung. Ja, mal gucken. Ich glaub, der Mike ist wieder da. Auf jeden Fall werd' ich noch ein Video machen von meinen Super Smash Brothers. Mario und Luigi. Weil so eben aus, frisch aus der Klappse entflohen, so ungefähr. Meinst du, das, 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 das Tennis-Spiel? Hm? Meinst du, das Tennis-Spiel? Nein, nein, äh. Super Smash Brothers. Da hab ich die in Zwangsjacken gepackt. Und hab die halt so richtig psychiatriemäßig gemacht. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, jetzt hab ich keinen Schlüssel, ey. Kotz mir, die dann. Hey, Bomben lag da da. Pfff. Also, irgendwie lahmt das Spiel, wenn ich mich nicht täusche. Was tut es? Es lag so komisch. Das Problem hat... Wie viele Monster da sind wahrscheinlich. Hm, das nicht, aber das, das Problem hatte Funk auch, aber das war der Multi-Ride da dort und ich, das nutze ich ja nicht einmal. Also, ich bin hier grad so ne Art PvP gelandet, also, jetzt kein PvP, aber so ein Arena, Kampf-Arena. Ey, cool, Kapseln. Und nur weil ich so nen Kompass aus ner Kiste gewollt habe, greif mir die Lichthauten Monster an. Oh, er wurde hässlicher. Ich schlatsche, dann kommt die nächste Welle. Ach, in innen Raum ist es möglich. Hatte ich mal gehabt, dass ich, dass man da neun blaue, äh, 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 fliegen kriegt, naa. Aber irgendwie buggt das ein bisschen. Ich hatte auf einmal dann bloß noch sechse gehabt von den neun. Okay. Okay. Es ist, glaub ich, im fünften Video zu sehen, das Problem. Hab ich mir, wo ich's halt gesehen hab, ist mir aufgefallen, hä, wieso hab ich da auf einmal drei Venja gehabt? Und wieder ne Kapsel. Da wird auch jedes Mal hässlicher, jetzt sieht er noch bekloppt aus. Wird pinnen. Na, ha, ha, ha. Boah, je. Ich hasse die Firma. Besonders diese, die Gift schmeißen. Und es fehlt mal wieder ne gute Fähigkeit, mal ehrlich. Yeah, jetzt hab ich doch stärkere Fähigkeiten. Was ist die, freu mich hier so richtig auf? Ich mit dir, hab ich weniger Probleme als mit Isaac. Du meinst, oi, Isaac. Na, wie komm ich dir gegenüber immer so nah? So. Ei, lol, jetzt ist er besiegt. Oh. Das ist der Job. Oh, das sieht, jetzt sieht er, jetzt sieht er ja noch hässlicher aus. Oh Gott, nein. Ich krieg immer wieder die gleichen Monster, als die ganzen Easy-Viecher. Ja. Schwier Job. Der wirklich gar nichts kann. Und dort. Na lol. Ähm. Na doch, was ist das denn für ein Raum hier? Das kleine Gitter davor. Ih, ne blaue Spinne. Ich hasse die Viecher. Bei blauen Viechern, bei, bei, bei blauen Viechern musst du auch passen, die können sich verdoppeln. Na ja, die verdoppeln und verdreifen und vier vierfachen kenne ich mich schon auch. Ja, die haben letztes Mal, äh, gehabt in einem Video so ein Problem. Übelst du viele Viecher gehabt? Ich hasse Spinne. Alter, die sind so edelhaft, die Viecher. Ich hasse die echt wie die Pest. Die sind doch echt penetrant hier im Spiel. Oh Gott, nee. Ey, das trifft mich nicht nur einmal, ich glaube. Aber der Scheiß, wie jetzt eine Würmer. Die können genauso wenig. Alter, ey, das, wie hasse ich, ey. Ey, eben so eine Kugel zieht der übelste Herzen auf. Und tot. So. Mein Vogel wird auch ganz schön eiskalt. Oh, der frisst den ja auf. Uh, ne Katze hab ich gekriegt. The Gobby's Head. Toll, jetzt hab ich so ne Fliegen gekriegt. Wie toll. Oh, neuner, cool. Oh, ein Lückenstift. Nullo. Oh, bei, uh, was haben wir hier? Oh, es ist ein Mark. Und für Raza. Oh, weh. Ich brauch ganz dringend Herzen, also mal ehrlich. Ey, toll, ich krieg die Schlüssel. Ich brauch ein Herz. Habt ein Einzelnen mit mir und gebt mir ein Herz. Ne Rolle? Tore? Rolle? Äh. Ich glaub, die Rolle ist besser. Ähm. Ah, Kohle. Na lol. Ups. Was war denn das für Müll, ey? Also, irgendwie kriegt ihr nur den größten Rotz hier im Spiel. Ne, warst du ein grüner Klumpen? Nein, gar nicht. Boah, ich krieg auch immer mehr die gleichen Bosse. Ja, ich auch. Das ist nicht gut. Ne, find ich ehrlich gesagt, nee, ich hasse diesen Vieh, weil der mich immer umlegt. Welches? Wer pin? Äh, der pin. Also, pinnen an sich nur. Kenn ich, glaub ich nicht. Ist ein einziger Wurm, der in der Erde auch hin und her springt. Ein rote Kugelschießloch. Ah, ich hab mir natürlich. Ich hab immer diese leichten... Verdammtes Arschloch, ey. Ey, nicht in Sorten, ein Video, ja. Ey, Fluche, wie's mir passt. Mal ehrlich. Es gibt Schlimmere. Ich hab jetzt ja keinen Bock auf PvP. Aber wie ist denn... Ach, scheiß drauf. Leck mich. So. Ich denk mir mal, ich mach im nächsten Part weiter. Einen. Vielen Dank.